Es ist so, dass die SPD einen neuen Parteivorstand gewählt hat. Das bedeutet aber nicht jetzt zwingend, dass sich hier in Berlin unbedingt so schrecklich viel verändern muss. Wir haben, da möchte ich nur daran erinnern, auch sowohl bei der CDU als auch bei der CSU neue Parteivorsitzende gewählt. Wir sind dann auch nicht mit den Anspruch angetreten, alles entsprechend umstellen zu wollen. Wir sind aber in Gesprächen mit der SPD. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir jetzt zeigen, dass wir diesen Koalitionsvertrag bis 2021 erfüllen wollen. Es ist wichtig, dass wir die Projekte, die wir angefangen haben, zu Ende bringen. Und ein großes Projekt davon ist das Projekt Klima. Da sind drei von vier Gesetzen bereits durch den Bundesrat durch. Bei den Steuergesetzen geht es darum, dass es dort Bedenken der Länder gibt. Die haben deswegen den Vermittlungsausschuss angerufen. Der hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die ist auch schon fleißig am Tag. Unser Ziel ist es, dass wir vor Weihnachten fertig werden. Damit wir dann das gesamte Klimapaket auch entsprechend weiter bearbeiten können. Denn es geht weiter. Wir müssen uns nächstes Jahr noch mit der Kfz-Steuer beschäftigen. Wir müssen die ganzen Sachen umsetzen. Das heißt, es gibt dort noch sehr viel zu tun. Wir werden heute bei uns in der Fraktion auch über die Einschränkung der Tabakwerbung sprechen. Das ist ein sehr umstrittenes Thema. Da wird es heiße Diskussionen geben. Ich denke, auch eine Abstimmung. Und insofern müssen wir da mal schauen, was dabei rauskommt. Mir ist es als Fraktionsvorsitzender an der Stelle sehr wichtig gewesen, dass die Fraktion diskutiert, dass die Fraktion entscheidet. Und das muss man auch mal bei kritischen Fragen machen. Und wir haben dieses Thema jetzt sehr, sehr lange liegen gehabt. Jetzt ist dann einfach auch der Zeitpunkt, mal eine Entscheidung zu treffen. So oder so. Ich danke. Ich danke. Ich danke. Ich danke. Vielen Dank.